Hier drüben ist deine erste Hilfe! Komm her! Komm her! Komm her! Was soll ich sagen? Entschuldigung! Hier ist deine erste Hilfe! Hälfte! Hinterdacht! Hälfte! 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 Ich glaube, wir müssen ein bisschen leiser machen. Den ganzen Rotz. Jetzt zündet mich nicht mehr. Glaub ich. Schau mal, dass es besser ist. Kann besser sein. Ja, ok. Das wär's so. Ok. Ja, warum Benefitieren? Ich fand's nicht ganz richtig toll. Knapp zu 100 bestimmten Erzocken sind. Ich schau mal rein. Was ich gestern beim Testen feststellen musste. Soll ich noch wieder Fuhr tragen. Schau mal rein. Schau mal rein. Hol dir das VEG! Ich brauch hier Hilfe! Oh nein! Ok. Auf jeden Fall schon. Ja, warum Benefit 4? Weil ich da mal wieder Bock drauf hatte. Ich fand's da mal, wie gesagt, sieben Stunden hab ich gezockt. 5 Wörter. Aber was ich gestern beim Test feststellen musste. Als ob es sie wieder geht. Ich weiß ja nicht, ich weiß, dass der Sandsturm einsetzt, das ist weg. Ich sage, dass der Sandsturm einsetzt, mega geil. Dachte ich mir gut. Ja, ich hoffe, ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder und hab' das ausgeprägt, aber das ist weiter lang. mit da Ja, jetzt hast du mich akzeptiert. Ich hab hier also die rechte Maustaste gestoppt. Ja, das ergibt natürlich zu viel jetzt. Ja, entschuldige, kann man mal mit, kann man mal machen, klar. Warum nicht? Schwimmen wir auf, 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 Panzerschießen. Sehr gute Idee. Ich hab hier nicht so freigeschaltet. Das ist so viel, ich hab eigentlich sehr viel, aber... ...technisch. Egal. Ich hab die Reise voll lange gesehen. Ich hab da nicht, die Hilfe für dich. Ich komme hier so nicht weiter, übrigens. das war mal ja ja schade ok das war nicht so doll Ich bin auch schon 1145, das heißt schon, das bestimmt mich so toll. 3 von 5, ja, die Runde war jetzt gerade frisch. Ich hoffe mal, das passt jetzt von der Lautstärke so her. Ich hoffe einfach, das passt jetzt. Ich werde es mir danach gleich nochmal anhören und wenn das jetzt nicht passt, dann ist es halt so. Allein die Musik und, ja, weiß nicht, ich finde es einfach, es hat damals richtig Bock gemacht. Das ist jetzt bei meinem, jetzt die PC auf Ultra läuft, das ist schon mega geil. So. Schau mal. Wie soll vielleicht kommen paar Videos dazu, paar mehr Videos dazu? Ich weiß es noch nicht. Schau mal. Bock hätte ich schon. Wenn man überlegt, das läuft auf Ultra, auf Minecraft, mit Shader und Texture Pack. Das kannst du nicht spielen. 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 Ich wollte es eigentlich so einstellen, dass meine, äh, also meine, äh, Naustaste, quasi die, äh, Tastaste, Granate werfen und so ist. Aber, weil er nicht einnimmt, ne? Das ist okay. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Ich hab's schon mal auf. Du bist so schnell drauf! Ja. Ja. Kann mich? Du bist in der Zeit? Du bist so schnell drauf! Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Ja. Ich bin der Zeit. Aber ich bin der Zeit. so nicht mein Freund so nicht so nicht Was ist das passiert? Fuck, fuck, fuck. Ja, ich habe einen Schraub, ich habe einen Schraub, ich habe einen Schraub. Oh, macht das Bock? Naja, egal, ach scheiße, Arsch, Mann, fuck, egal, ach man, so ne scheiße, okay, ja die Runden sind ja auch mega lange im Haar, eines der besten Bälle Fatale, die ich jetzt habe, ich habe mich wieder alles gefühlt, am nächsten habe ich eine Hilfe gefühlt, das war nicht so lange. Was? Oh, shit. Scheiße, duk. Na, 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 na. Ja. ja so und und Ja, ja. Untertitelung. Was ist das? 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 Was ist das?